Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe ein bisschen was gesammelt offline und wage mich jetzt mal daran nachzuschauen. Ja, das funktioniert sehr schön. Ich habe überlegt, ob ich den Tätowierer machen soll oder die Schiffswerkstatt machen soll. Beides bringt mir ja nicht so wirklich viel. Tätowierungen an sich sehe ich nicht wegen der Rüstung und meine Frisur ändern könnte ich machen. Muss ich aber nicht unbedingt, weil das ist nun mal der Charakter, der sieht so aus und das ist schon okay. Aber das Langschiff ändern, das hat mich so ein bisschen gereizt und dementsprechend denke ich mal, werde ich jetzt die Schiffswerkstatt bauen. Ja und wie man sieht, bringt uns das nicht allzu viel. Also wir müssen wirklich viel, viel mehr bauen, um noch eine Siedlungsstufe hoch zu gehen. So, woraus besteht deine Arbeit? Ja, hören wir uns einfach mal kurz an. Erzähl mir, was du hier tust. Was du auch für dein Langschiff brauchst. Mein Mann und ich helfen gern. Wir haben ein gutes Auge für solche Dinge. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. Die Schiffswerkstatt. Die Schiffsexpertin Gudrun kann dein Langschiff anpassen, wenn du ihr den gewünschten Entwurf gibst. Kehre mit neuen Entwürfen zurück, um neue Anpassungen freizuschalten. Ja, anscheinend habe ich jetzt hier noch nicht... Achso, doch, das sind die Sachen, die wir ändern können, okay. Ah, hier sind die Sachen. Ist das in der Vorschau? Ja, ist es. Okay. Tja, da sieht man nicht viel von. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht so ein bisschen golden aus, finde ich. Da ist mehr so Tätowierung. Berserker ist natürlich nicht schlecht vom Namen her. Wobei das mit dem etwas Goldenen finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich nehme das. So, dann das Segel. Was man nicht so wirklich sehen kann, weil jetzt die Schrift davor ist. Raben-Klan-Segel haben wir jetzt. Wir könnten das Berserker-Segel nehmen. Okay. Den Raben finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Den Raben. Kreo. Wie auch immer. Also, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Deswegen nehme ich das jetzt mal. So, die Schilde, die da dran sind. Farblich. Farblich passen sie mehr oder weniger alle. Ich würde jetzt mal die Berserker-Schilde nehmen. Oh, das ist geil. Hm. Der Berserker-Kopf ist natürlich nicht schlecht. Aber der Vogel an sich, ich denke, es ist ein Adler. Der, den finde ich immer noch am besten irgendwo. Passt alles jetzt nicht so richtig zusammen, aber es ist ja auch nicht schlimm. Ach so, da hinten das Heck. Okay. Okay. Berserker-Heck. Aber mit den Flügeln finde ich es eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also, vom Namen her, Berserker ist natürlich besser. Ich finde unser Original auch nicht schlecht. Das finde ich ganz cool. Aber damit das alles so ein bisschen stimmiger ist, glaube ich, nehme ich, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, ich bleibe beim Original. So. Das war's. Dann schauen wir unser Schiff doch mal von nahem an. Wie schlimm es denn geworden ist. Aber ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, das Segel können wir jetzt nicht sehen. Aber die Berserker-Tatzen, die haben wir auf jeden Fall an der Seite. Das finde ich ganz cool. Und ich fand halt dieses Leuchten durch dieses Gold, was so an der Seite ist, finde ich ganz cool. Das fällt auf jeden Fall auf. Das mit dem, ja, ich schätze mal, es ist ein Adler vorne. Sieht ein bisschen komisch aus, aber vom Stil her gar nicht schlecht. Doch, ich muss sagen, ich bin überzeugt davon, dass wir das schön so lassen können. Ja, und jetzt, ich glaube, zwei weitere Plündersiege später bin ich wieder in der Siedlung und habe mir jetzt endlich mal geschworen, dass ich den Tätowierer, beziehungsweise die Tätowierwerkstatt bauen werde. Eivor, schön, dich zu sehen. Wie geht es dir, Tova? Hältst du durch? Jetzt viel besser, glaube ich. Ich vermisse Swain jeden Tag und doch ist er bei mir. Sein Huger findet sich in jedem Entwurf. Daran zu denken, hilft. Das freut mich. Und ich biete mich gern als deine Leinwand an. Oh ja. Fangen wir an. Ich habe an neuen Entwürfen gearbeitet. Okay. Was kannst du mir heute anbieten? Ja, dann schauen wir doch mal. Frisieren und tätowieren. Passte das Aussehen von Ava in der Tätowierwerkstatt von Swain und Tova an? Naja, nur noch Tova. Bringe ich ihnen kosmetische Entwürfe, um neue Stilrichtungen freizuschalten. Rabenwache-Kopf. Also ich schätze mal, das ist der normale. Nehmen wir mal ein klassisches Haar. Rabenwache-Kopf. Das heißt... Ach, das sind die Tätowierungen dann. Okay. Ja, dreh dich mal, damit ich was sehen kann. Die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also die sind ja ziemlich lächerlich. Das ist natürlich ganz cool. Das fällt dann auch nicht so ins Gesicht rein. Dreh dich nochmal. Also, die finde ich ganz cool, wo sie im Gesicht tätowiert ist. Das und die hier. Ich würde jetzt mal einfach sagen, ich nehme die. So, dann schauen wir mal auf der Brust beziehungsweise vorne. Hey, das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Ach, dreh dich doch mal, Mädel. So, davon sieht man leider nicht allzu viel. Wieso sieht man davon nichts? Ach, weil das da unten an der Hüfte ist. Okay. Hm. Mit Runenzeichen dran. Die Runenzeichen sind natürlich auch nicht schlecht. Das hier finde ich schön, aber man kann es leider nicht sehen. Ich meine, wir können es sowieso aufgrund der Rüstung wahrscheinlich eh nicht sehen. Wir machen das einfach mal dran. So, dann am Arm finde ich, kann man das selber drehen? Das ist gut. Ich denke mal, da finde ich... Nein, ich will nicht zurückgehen. Moment, Arm. Um vorne, das war der Arm, oder? Ja, linker Arm. Rechter Arm. So. Das muss man eben umdrehen hier. Sind das die gleichen? Weil dann müsste ich da ja... Ja gut, ich muss nicht das gleiche nehmen. Ich nehme aber das gleiche, damit es schöner aussieht. Auf dem Rücken. Jetzt kommt's. Das sieht natürlich nicht schlecht aus. Runen sind natürlich auch nicht verkehrt. Die Blume, naja. Das sieht ganz geil aus. Da ist auch, glaube ich, eine Triskele. Zwei Triskelen oder drei Triskelen. Sind sogar da drin verarbeitet. Das nehme ich mal. Heißt auch, weil Hals sägen. Also, das passt ja wunderbar. Ja, da ist jetzt die große Frage. Das ist, glaube ich, die Frisur, die wir bisher hatten. Achso, Moment. Blond. Klassisches Haar rot. Dunkelbraun. Das passt zu ihr jetzt irgendwie überhaupt nicht. Ich persönlich finde es schöner. Also, das sieht ja mehr schwarz aus. Aber es passt zu ihr irgendwie überhaupt nicht. Blond passt zu ihr auch nicht. Also, gehe ich da mal raus und lasse auf jeden Fall die Haare so, wie sie sind. Und, ähm, ja. Kann ich noch etwas für dich tun? Nö. Ich muss gehen. Bleib gesund. Einen schönen Tag dir. Dir auch. Überblicke das Land, Freundin. Also, ich habe dann noch ein bisschen was, was ich benutzen kann. Ich würde sagen, ich nehme den Getreidehof. Der sieht nicht schlecht aus. Ähm, Maida. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer das war. Oder den Viehhof. Also, da würde ich jetzt so tendieren, eins von den drei Sachen zu nehmen. Also, wir haben jetzt im Endeffekt nur noch die Festmahlstärkung. Da ist es relativ egal, was wir für einen nehmen. Schauen wir mal eben, was steht denn hier drauf. Attentatsschaden. Also, da gibt es natürlich noch Unterschiede. Deswegen möchte ich da nämlich gerne mal schauen. Das ist Fernkampfschaden. Der wäre natürlich nicht schlecht für mich. Wenn der auch nochmal erhöht würde. Attentatsschaden finde ich jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ich nehme mal den Viehhof. Kann ich denn mit einem von euch auch sprechen hier drin? Brief von Bronzen. Winfried. Winfried, so. Bertam kommt häufig. Meine Maya besuchen. Zweimal erwischte sie nun schon dabei, wie sie sich wegschleichen wollte. Vielleicht küssen sie sich sogar. Ich bin mir sicher, dies beunruhigt dich so sehr wie mich. Ich schlage vor, du sagst deinem Sohn, er solle sich anwaltig beschäftigen. Was zwischen ihnen vorgeht, macht mir große Sorgen. Bronzen. So. Äh, sonst gibt es ja keinen, ne? Ja. Na gut. Ist ja nicht schlimm. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Breite deine Flügel aus. Also, da ist das Haus von, ach so, von diesen beiden Streithähnen ist das, glaube ich. Ähm, das ist klar, das ist das mit der Karte. Also, es gibt hier hier eigentlich noch andere. Ich hatte doch hier eben noch so ein Vieh, äh, Geflügelhaus irgendwo gesehen. Was ist das hier? Treidehof, genau, nicht Geflügelhof. Das ist der hier, ne? Ne, das ist eine Verzierung, die wollen wir nicht. Also, die können wir machen, aber wollen wir jetzt im Moment nicht machen. So, plus drei Rüstung. Oh, das ist nicht schlecht, aber das kann ich natürlich jetzt nicht mehr bauen. Das ist scheiße. Ach ne, Moment, wir haben 80. Ach Quatsch, genau, falsch rum. Ja, dann machen wir doch die Rüstung ein bisschen hoch. Und ich müsste eigentlich noch einen einzigen aufbauen, damit die Siedlung ein bisschen größer wird. Das ist doch gemein. Okay, und was haben wir hier hinten? Irgendwas Wichtiges, oder? Brief von Gudrun an Runa. Die Kinder machen in letzter Zeit so viel Ärger. Kürzlich brachten sie eine ganze Kiste mit Eichhörnchen herein, die sie gefangen hatten. Und ließen sie im Haus frei. Oh je. Es durften zwölf oder dreizehn gewesen sein. Völliger Wahnsinn. Sie rannten überall herum und haben mein ganzes Segeltuch vollgekackt. Die Eichhörnchen meine ich, nicht die Kinder. Ich weiß, dass ich solches Verhalten nicht ermutige. Ich schreibe also in der Hoffnung, eine Art Bündnis einzugehen und damit sicherzustellen, dass wir bei ihrer Erziehung an einem Strang ziehen. Lass mich wissen, wie du das siehst. Okay. Also die beiden scheinen getrennt zu leben und die Kinder dadurch oder durch andere Gründen ein bisschen durchzudrehen. So, ich würde sagen, ich gucke mal, ob ich noch irgendwo ein bisschen plündern kann oder ähnliches. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe herausgefunden, wo wir hin müssen. Und da versuche ich jetzt gerade hinzukommen. Hatte ich das doch relativ darüber gemacht. Die Markierung. Irgendwo hier müssten die Leute sein, denen wir helfen müssen. Da. Verteilt euch und kommt von der Seite, Jungs. Und bleibt wachsam, sonst endet ihr am Galgen. So, das nehmen wir aber noch eben. Bevor wir jetzt hier... Hallo? Bevor wir jetzt hier anfangen, speichern wir nochmal kurz. Weil wir wie blöd durch die Weltgeschichte geritten sind. Ihr da. Warum schleicht ihr hier herum? Einer von Edwins Wachtrupps ist auf dem Weg hierher. Wir überfallen sie. Okay. Das heißt, dass ich denen helfen soll. Okay. Wann kommt der Wachtrupp? Ach, da. Okay. Sagst du, wollen wir die angreifen? Oder? Ach, ich will nicht immer diese scheiß Sperrwerfer-Tüken haben. Könnt ihr euch nicht mal um den kümmern? Die sind mir... Hallo? Kann die auch mal sich vernünftig bewegen? Oder? Also im Moment, aber das habe ich jetzt schon von vielen Spielern gehört. Funktioniert im Moment nichts mehr mit den Tasten. Also natürlich funktioniert noch was, aber irgendwie gibt es immer wieder Probleme. Egal, was man drückt, es passiert nicht das, was man drückt. Okay. Und was heißt das jetzt? Hm. Dass wir Fertigkeitspunkte auf jeden Fall bekommen haben. Die Frage ist jetzt nur... Äh, wieso kann ich den jetzt nicht angreifen? Hallo? Hallo? War das jetzt wegen dem Schild oder was? Muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, die Frage ist jetzt nur, ähm... Wir haben jetzt keine neue Quest bekommen. Nö. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die andere Quests hier oben, dass wir dann zu Sigurd reisen müssen. Ja, dann würde ich sagen... Ja, ist okay. Ihr habt ständig Probleme mit eurer Verbindung. Das haben wir jetzt schon eine Million Mal mitbekommen. Ähm, dann würde ich sagen, dass ich hier die Folge erstmal beende und in der nächsten Folge... Äh, am Nordufer... Okay. Ähm, und in der nächsten Folge werden wir dann, ähm, die andere Quest machen. Pilgerreise nach St. Albans. Bis zur nächsten Folge. Ciao! 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 Ciao!